unter mit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von siberia 3 ja ehrlich gesagt bin ich gerade immer noch so ein bisschen verzweifelt ich habe auch noch ein bisschen überlegt wo ich jetzt alles gewesen bin wo ich nicht gewesen bin und ich schicke ehrlich gesagt nicht weil ich bin schon überall durchgelaufen hier kommen wir offensichtlich nicht vorbei wo die hunde sind hier komme ich einfach nicht rüber also ich weiß nicht ob das noch ein hinterer raum ist oder was das sieht irgendwie so seltsam aus aber da will er mich definitiv nicht durchlassen und ja weiß ich nicht bin jetzt mittlerweile schon überall rumgelaufen und ehrlich gesagt ich bin tierisch verzweifelt halt stimmt ist da irgendwas ich dachte okay das ist nur eine tasche die man nicht nehmen kann vielleicht sich irgendwo klein weißen punkt nicht oder so ich weiß nicht also gut das hier das wissen wir ja aber eigentlich ich meine ich stehe hier und da kann man die punkte sind eigentlich müsste der mir das alles zeigen das ist halt das problem was flackert und jetzt ist nur grafik fehler wir sind ja hier überall schon gewesen das ist halt das große problem und hier ist ja nirgendwo was gewesen hier kommen wir halt nicht weiter wegen den autos also da kann man nur dieses stückchen rein in dem auto ist da vielleicht noch irgendwas äh wieso ändert der jetzt hier die perspektive eben hatte nicht die perspektive geändert Okay. Kann man da rein? Nee, ne? Nee, der geht so ein Stückchen... Okay, er geht aber nicht da rein. Ah, Moment, was da... Nee, das ist wieder nur... Eine Sequenz, die hilft uns anscheinend auch nicht weiter. Machst du sie trotzdem mal? Ja, irgendein Mützenverkäufer, so wie es aussieht. Mützen- und Taschenverkäufer. Da ist hinten eine Tür drin. Das bringt uns natürlich hier vorne jetzt nicht wirklich was, wenn wir hier nicht durchkommen. Das ist keine Lampe, aber da kann man rein, oder? Ich dachte zuerst, das wäre ein Punkt. Wieso hat der uns das in der letzten Folge nicht angezeigt hier? Kann man halt durch, ja. Wir können Geld... Moment, da war irgendwas. Wir können Geld mitnehmen. Nein, ne? Wollt ihr mich denn verarschen? Ist das euer Ernst? Gibt es denn hier sonst noch irgendwas anderes, was man... Anscheinend nicht. Mit einem Bolzenschneider hat anscheinend jemand versucht, den Tresor, beziehungsweise hat den Tresor aufgebrochen. Das ist ja mal sowas von bescheuert. Das habe ich auch noch nicht gehört. Dass man mit einem Bolzenschneider einen Tresor aufbrechen kann. Also so einen massiven Tresor. Aber ich meine, klar, dass man die aufbrechen kann, das ist schon klar. Aber das ist jetzt schon ein bisschen krass. Aber wieso hat der uns diese Perspektive hier nicht angezeigt, als wir das letzte Mal hier durchgelaufen sind? Verstehe ich irgendwie nicht. Wir müssen jetzt hier erstmal alles genau durchgucken. Das sind überall die Maschinen, glaube ich, die hier liegen. Könnten... Ja, das sind definitiv Maschinen. Und ja, die haben auch dieses Kreuz hier auf dem Rücken. Apropos Maschine. Ich finde ja wirklich, für eine Maschine ist der Oskar sehr behändig so. Ach, da oben. Ja. Die Krähen fliegen mal eben durch das Auto durch. Ja, kein Thema, ne? Also kann man hier nicht rum. Wieder mal so. Ah, jetzt macht er eine andere Perspektive. Nicht, dass wir jetzt hier wieder irgendwas nicht sehen oder so. Weil das hatten wir, wie gesagt, eben nämlich nicht so. Da ist nämlich nicht... Nein, du sollst da hingehen. Da ist nämlich nicht dieser Perspektivenwechsel zu so nah gegangen. Das war jetzt ein toller Ersatz. Aber egal. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Auto. Dann würde ich sagen, dann probieren wir das jetzt nochmal, ob wir das da oben machen können. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich bin ja hier zweimal rumgelaufen. Und ich bin jedes Mal da hinten an den Autos vorbei. Netter Raum. Er hat wirklich Raum gesagt. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich musste nochmal unbedingt draufklicken. In der letzten Folge habe ich mich ja auch schon so gewundert, dass... Ja, dass der da rumgesagt hat. Was ich aber eigentlich sagen wollte, genau. Dass der sehr behändig ist für so einen Roboter. Er hat aber auch gesagt, dass er die Version Nummer 2 ist. Oder ne, eine verbesserte Version ist. Also ich denke mal, dass es wahrscheinlich daran liegt. Okay. Können wir jetzt hier... Achso, wir müssen, glaube ich, gar nicht einsteigen, oder? Hat die nicht gesagt, wir müssen nur die Lüftung öffnen? Aber ich meine, geöffnet ist sie ja eigentlich. Also eigentlich ist es Blödsinn, was der da macht. Achso, ne, das war ja wegen den Fledermäusen. Och Gott, ich weiß schon gar nichts mehr. Ja, okay. Ja, ja, ich dachte, das wäre jetzt, weil das verseucht ist. Aber das war ja wegen den Fledermäusen. Die sollen ja da rausfliegen, genau. Oh, oh. Oh. Entkommen sie den mechanischen Hunden... Kommen die rauf, wenn ich da runtergehe? Also noch stehen sie unten. Brave Hunde. Kann ich da jetzt... Okay, anscheinend nicht... Wobei ich den Spruch immer noch nicht verstehe. Ich meine, was ist am mechanischen Blechhunden weich? Kann man jetzt vielleicht irgendwas mit dem Ding hier... Oh, jetzt ist ein Puzzle... Oh. Okay. Was ist das hier? Achso, ich muss mal abziehen. Okay. Das hier abziehen oder drehen. Oder erst angucken und dann was damit machen. Das kann natürlich auch sein. Ah ja, okay, abziehen. Ach, da ist ein Schlauch dran, oder? Moment. Muss ich hier raus? Kann ich da nichts mehr machen? Hallo? Jetzt kann ich mich ein bisschen... Ah. Ah, okay. Was ist noch da hinten? Ah, aha, okay. Nein. Mach das ran. Ähm, ja. Danke, dass du so rumbackst, aber ist in Ordnung. Jetzt wahrscheinlich drehen, ne? Das sieht mir ganz danach aus. Es ist ja ein Feuerwehrwagen, dass da jetzt was gelöscht wird. Okay, hier kann man nichts mehr sehen. Ähm, okay. Wieso kann ich... Doch, jetzt kann ich den benutzen. Oh, scheiße. Prostet ihr elenden Viecher. Schönes Bild so am Ende. Trafen sie Kate Walker. Ja, endlich. Boah, ich war schon so am Verzweifeln. Ich hab schon gedacht, ich komm jetzt hier überhaupt nicht mehr weiter. Aber wie gesagt, also, dass man... Äh, ich geh mal ein bisschen so rum. Ähm, dass man da jetzt eine andere Ansicht bekommt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Weil wir sind ja zweimal schon da hinten rumgelaufen und da hat sich nichts getan. Eigentlich hatte ich jetzt vor, einmal die Runde zu laufen. Dann nochmal hier vorne zwischendurch zu probieren, mit ihr zu reden. Und das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Und, ähm, dann irgendwie verzweifelt nochmal bei den Hunden zu gucken. Aber okay, so ist es natürlich einfacher. Bin ich froh, dass ich das geschafft habe? Dass ich das überhaupt noch gefunden habe, weil das war jetzt echt Zufall. Dekontaminationsprozess aktiviert. Bitte halten Sie still. Dekontaminationsprozess im Gang. Bitte halten Sie still. Alarm, ungenügende Jodversorgung. Uff. Dekontaminationsprozess abgebrochen. Ungenügende Jodversorgung. Quarantäne-Protokoll aktiviert. Bitte warten Sie die Ankunft eines Interventionsteams ab oder stellen Sie die Jodversorgung in der vorgesehenen Kammer wieder her. Äh. Oscar. Hm. Das ist aber ärgerlich. Sie müssen ohne mich weiter, Kate Walker. Ich komme schon klar. Das kommt nicht in Frage. Kate Walker, ich muss erheblich radioaktiv verstrahlt sein. In diesem Zustand würde es Sie in Lebensgefahr bringen, wenn ich mich in Ihrer Nähe aufhalte. Ich glaube nicht, dass das wünschenswert wäre. Nochmal, wir gehen nicht ohne Sie. Ich muss nur etwas Jod finden. Jod ist hier ein rares Gut, Kate Walker. Seien Sie nicht so pessimistisch, Oscar. Bitte lassen Sie mich nur machen. Nun gut, Kate Walker. Wo zur Hölle soll ich jetzt Jod herbekommen? Haben wir Jod? Nee, ne? Ach, klick doch mal da drauf, Mann. Ähm. Keine Chance. Ja, das ist mir schon klar. Versuchen wir etwas anderes. Ist vielleicht Jod am Tuch dran? Keine Ahnung. Das ist nicht richtig. Was? Der Seetan? Wollt ihr mich veräppeln? Achso, das muss man zuhören. Okay. Hallo? 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 Also gut, ich habe leider nicht die großen biologischen Kenntnisse, aber aus Seetang Jod herzustellen, das wusste ich jetzt wirklich noch nicht. Äh, achso. Ausweichende Jodversorgung. Quarantäneprotokoll beendet. Dekontaminationsprozess wieder aufgenommen. Bitte halten Sie still. Dekontaminationsprozess in Gang. Bitte halten Sie still. Dekontaminationsprozess beendet. Schleuse wird geöffnet. Schön, Sie wiederzuhaben, Oskar. Oh ja, nun, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin auch nicht unglücklich, Sie wiederzusehen, Kate Walker. Gehen Sie zurück zu den Yukol, Oskar. Sie sollen sich zum Aufbruch bereit machen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Zu Befehl, Kate Walker. Verscheuchen Sie die Fledermäuse. Ich habe jetzt hier gerade null Orientierung. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir eigentlich herkamen. Aber Treppen sind immer gut. Ähm, nur in dem Fall anscheinend nicht. Ähm, oder? Achso, doch, da standen, glaube ich, hier... Ne, Moment, da können wir auch runtergehen. Da standen, glaube ich, hier die großen Viecher, ne? Diese Reittiere da. Genau. Ähm, das heißt, Moment, wir müssen aber... Haben wir jetzt noch die Fackel? Die haben wir noch. Die müssten wir aber nochmal anzünden. War das hier oben? Ich glaube, mit dem Teil hier, ne? Das ist schon wieder alles so lange her, dass ich das gemacht habe. Ach, Feuerzeug und Benzin sind jetzt wieder hier? Okay. Wieso habe ich das nicht mehr? Ja. Endlich frische Luft. Ha, bin ich froh, dass wir diese Hölle hinter uns lassen können. Was jetzt? Wir lagern diese Nacht hier und setzen die Reise bei Sonnenaufgang fort. Unser nächster Schritt ist unser letzter in diesem Land. Die alte Brücke über den Fluss Ballathömen an der Grenze zu Jakastan. Wenn wir sie überquert haben, sind wir vor unseren Verfolgern sicher. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Bis bald, Kirk. Ich würde sagen, da wir jetzt hier lagern. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, was jetzt hier wieder auf mich zukommt. Würde ich eigentlich schon fast sagen, dass wir hier mal einen kleinen Cut machen. Wir können mit ihr nochmal kurz sprechen, die Rentsche. War ja klar, Frau Kate Walker. Ähm, ja, was auch immer. Also ich denke mal, dass jetzt hier wirklich ein neuer, ähm, ja, neuer Abspann, sage ich jetzt mal, ein neuer Teil anfängt. Kriege ich auch noch Schluck auf. Deswegen mache ich hier mal einen, ähm, ja, etwas verfrühten Cut für heute. Ähm, da ich leider nicht weiß, wie lange das Ganze dauert und das letzte Jahr schon noch ein bisschen länger gedauert hatte, als ich eigentlich geplant hatte. Verabschiede mich jetzt erstmal von dieser Folge für euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.